Endlich wieder zuhause! Und herzlich willkommen wir zu unserem Misgraded! Was tust du? So laut! Wo du sein? Hier sind wir gewesen! Hier auf dem Eck! Ach ja! Das ist doch ein schönes Spiel! Ach, echt wahr! Wie konnte man das nur... Wie konnte man heute nur so untreu sein? Eben! Scheiß Arma! Alties Live! Eben, was wir gezockt haben! Arma, altes Live! Guck mal, wie das hier läuft! 60 Frames so! Und dann die Grafik noch! Und keine Menschen sehen da! Los! Lass uns einfach plündern! Das sieht ihr hier nicht! Guck mal hier! Hier tötet keiner keinen! Guck mal hier! Hier tötet keiner keinen! Echt? Ja, das ist so herrlich! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Du alt! Ich bin aber ganz verhungern, du! Ja, such du mal! Ich bleibe mal hier stehen im Eck! Ja, ja! Mach du! Ich bin schützt dich! Du brauchst was mehr essen! Den hab ich grad gegessen! Ich hab noch nougat dabei! Ich hab noch nougat dabei! Ich hab schon ne Nudelsuppe dabei! Nougat! Ja, ja, nimm hoch! Nimm! Und du stehst direkt neben so ner Dose! Ah da! Hab juli! Was hat gewonnen? Ukraine hat gewonnen? Ja! 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 Ukraine! Song Contest, ja! Hat die Ukraine gewonnen! Gäste angestellt! Ich trage! Song Contest! Dank unserem Video! Was du noch nicht hochgeladen hast! Eben! Ich hab viele Waffen dabei! Du lätt mich am Arsch! Aha! Wir sind ausgerüstet in Deutschland! Also nicht schlecht, du! Wenn so'n Blitz einschlagen würde und das Haus brennt! Nicht gleich total zerstören, aber brennen, ne? Wär nicht schlecht, oder? Richtig! Der Gedanke war schon ganz nett, aber... Für den Freien stehen! Schick sie bitte raus! Dagnis! Oh du weißt schon, ich steh... Ich steh komplett im Freien! Hehehe! Ich such nur... Drei-polige Steckdose! Hehehe! Ich sag wie sie es steht, dann im Freien! Also das alte Style! Also das Alte Style! Allgemein, dass dieses... Also das Spiel selber an sich ist es nicht schlecht! Also das Spiel selber an sich, diese Spielmechanik finde ich jetzt also... Die... So... Das Spielaufbau finde ich jetzt nicht schlecht! So! Mit Aufbauen und dort Sanitäter rumrennen! So! Arbeiten in der Mine! Aber es ist Leute... Gewisse... Die ja laufen! Leute, die eine Bank ausrauben! Finde ich jetzt also... Aber es ist... Es fehlt an... Ja, an... An Qualität an dem Spiel! Und es wird leider nicht mehr besser! Also ich spiele Arma 3 sehr gerne! So ist das... Die Story halt! Mit dem Krieg! Das finde ich jetzt so nicht schlecht! Performance ist natürlich auch grottenschlecht! Da sagt sie auch manchmal ab, bis auf 30 runter! Aber so an sich spielt es sich gut! Leuchtest du gerade raus? Was weißt du denn jetzt? Ja, ja! Hin und wieder leucht' ich raus! Guck! Alter! So weit erschein! Jaaaa! Ich hab... Ich hab so mega Light hier! Ja, weißt du so! Dein Schein trügt! Ruhig! Ruhig! Wie fängt einer? Was? Wo denn? Was? Nee, das ist von der Schatten! Nee, das ist von der Schatten! Nee, das ist von der Schatten! Tod! Aber scheiße! Es sind nur sieben Leute drinne! Sie sind nicht in dem Ort hier! Alle hinter der Mauer hier, weißt du so! Alles zusammen! Sind wir eigentlich noch ein Clan hier? Ja, ja! Ja, man ist ein Clan! Nö! Arschlägt mein Freund! Das mit dem Clan hat sowieso nichts miteinander zu tun, dass man genau bei sich wieder ausgespawnt wird! Das mit dem Clan hat eher was damit zu tun, dass du meine Sachen, wenn ich für das Bauen tue, dass du die auch verwenden kannst! Das hat was mit dem Clan zu tun, aber nicht mit dem Dings hier! Ja! Aber es geht gar nicht mehr! Ich glaube, das ist durch das neue Page, du! Du bist gar nicht mehr in meinem Clan drinne! Mach du mal einen! Dann musst du deinen löschen, ne? Meinen muss ich löschen? Ja! Wieso muss ich meinen löschen? Und nenn ihn Immelzwerge! Was? Immel? Ja, ja! Immelzwerge! Also nicht Immel! Du weißt schon! Ist nicht jugendfrei, deswegen! Nimm ihn nicht! Ein Buchstaben weg! Kommt ja keiner drauf! Ja! Du musst noch ein Wispor einstellen oder so! Na ja, jetzt gibt's sicher auch immer ein Wis! Hä? Ah, mit dem, mit dem Mausrad machst du das! Stimmt! Da war doch was, Mensch! Ja, stimmt das! Mausrad und dann auf klicken und drücken! Dann bin ich eingeladen! Ja! Ah, du bist drin! Lief clean? Nein! Lief Clan darf ich nicht drücken unten, oder? Was ist das? Das heißt, dann verlasse ich's wieder, ne? Genau! Ach, so einfach ging das Mensch! Ach, na man! Da können wir ne Ukraine jetzt auch einen, einen gründen! Na hier schön! Gelbem Haus? Ja! Wohin? Zuhause! Hier ist man zuhause, hier kämpft man sich aus! Ne, das ist furchtbar! Manche Spiele kannst du nicht spielen, ich zocken! Schade eigentlich! Dabei macht das ja Spaß so! Ja, Spaß macht's auf jeden Fall! Geh mal rein! Ah, also sieben Leute verschluckt das Spiel lässig hier, ne? Das ist auf jeden Fall! Jetzt sind wir ja neun mittlerweile! Oder zehn! Acht waren drin, also zehn! Oh, Licht anmach! Haha, so hell wie immer aus! Also, was sagen, hier ist leer! Leer! Jaaa! Und zwar ratzeputz! Es war hier vor kurzem einer, würd ich sagen, oder? Da liegt jetzt nur einer hier! Noch einer hier? Ach, das ist das oben liegt über dir! Achso! 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 Ich geh mal hoch! Ja! Achso! Achso! Schießt du zusammen? Warum schießt du? Hast du einen Rucksack? Ich wollte nur testen, dass es geht! Äh, warte! Ja, einen 15er sogar! Ich hab noch einen Slow-Rucksack gefunden! Hast du einen 15er? ein 10er gibt es doch gar nicht doch gibt es, ah ja die untere Reihe fehlt, ok ne ich habe 15er also der liegt hier, der Rucksack, ansonsten ist hier alles leer, ne, komplett ich würde ein bisschen aufpassen, wenn wir schießen ja, das war, in dem Fall war es einer, wo er schon einen Rucksack hat ja, aber alles andere ist hier komplett leer, also liegt nichts ich gehe mal ganz hoch hoffentlich sitzt du nicht da oben hallo ganz oben, ey, fett leuchte oben im Dachboden, ey, voll geil, ey, sieht das aus ok, S0 drin, ey ne, die waren ja kann man sich jetzt hinlegen oder nicht, nein nein, hier, in dem Spiel geht das nicht ok, hinter ne Mauer legen wäre doch geil, das komme ich in demnächst alles, was wir sagen, kam bis jetzt richtig, ich habe die Rolle im Weg ja, eine Rolle machen, wie Dackel, so, hup schwingen die Hufen nächstes Haus da ist schon nächstes Haus drin ne, ne, ich bin nur nicht draußen ja, ich habe es gesehen eigentlich Halt du Wache sagst du mal das Licht sehen ich würde dann, wenn ich tue, wäre würde ich drüben auf der Wand auf der gegenüberliegenden Seite sein dann siehst du die Straße auch besser ein ok mal nicht schießen, nicht dass ich hier ne Kugel verirrt hm, so was findest du hier doch so hell denn nicht, ey alter, du scheinst echt jetzt? ja man, du scheinst in allen Himmelsrichtungen, ey hey, ich bin draußen ich bin draußen Markus, ich bin draußen, siehst du gell? ja man bin ich hier durchgekommen haa 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 ch haa 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 lieber entwickler lieber entwickler falls ihr das video seht nicht arbeit man an die fenster genau das ist dieses haus hier so dann probier's oben aber nicht weil da oben gibt's kein dach ob man das immer machen kann wenn da vorne ein vordach ist ob man das immer machen kann nur wenn ein vordach dran ist brauchst du noch eine feldflasche hier oben im dachboden ist eine feldflasche ich hab zwei stück okay ich glaube das ist eine emulsion hier 357er hast du hab ich ja ich bring mit dafür sollte ich aber erstmal leer sein sie hier achtung hier ja hast du okay hier ist auf jeden Fall voll Äpfel alles was du brauchen kannst also ich finde diese diese Bugs hier diese Frame-Empricht und sowas selbst die nehme ich hier in Kauf weißt du was wieso ja ich weiß nicht dieses Altes das ist irgendwie gewesen so äh weiß nicht also 30 30 Frames kann man nicht mehr spielen ist echt wahr das geht nicht ja aber auch dieses Laufen und dort alles weißt du dieses zurückgespawne und sowas auch wenn die anderen Spieler siehst sie rennen mit einem wieder zurückgesetzt und rennen wieder da vorbei grad oah nee wenn das alles fließend laufen würde weißt du das ist wahrscheinlich deswegen kommt so ein so komisch vorher weil die 30 Frames allein sind glaub ich nicht wo sie schlimm sind ja weil ich habe einige Spiele womit nur mit 30 Läufen drei sieben drei Spieler laufen und heißt 3 3 ja der Weine wirkt schon leider ja der Altiswein der Altiswein der Altiswein der Altiswein der Altiswein ja ich bin ja schon wieder nüchtern ich bin jedes Spiel will ich viel zu haben wir sind hier bis jetzt nicht in eine wichtige Schießerei reingekommen ne Och so viel ja richtig so dass er sich verschanzen kann oder so hier ist Essen ohne Ende komm fritt auch mal was hier ich bin immer voll wo denn hier drüben muss man ich denke sie sollen das ist immer wieder kommt auf 5 das ist zu kurz das ist ganz das bringt ja auch nichts wenn ich den abschalten unterstellen zu dass ich sagen ich will nur noch 5 Frame äh 5 5 5 5 Stunden später kommt nur vorbeigelaufen nein das ist halt 5 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 bei bestimmten Spielen zum Beispiel bei Euro Truck da gibt es in manchen Städten aber da lasse ich 60 Frames ähm ich weiß nicht bei welchen Spielen mach ich das gibt es ein Spiel was ist das ein Spiel da schalte ich so 50 Frames runter hat man überhaupt also ich sehe ganz ganz schwach nur einen Unterschied zwischen 60 und 50 Frames aber dann hackt es nicht so ab wenn es nämlich von 60 auf 57 geht oder so dann hackt es so komisch und das kann ich nicht leiden und dann stelle ich es auf 50 ach ich glaube GTA ist es glaube ich mhm weil ich spiele auf alles auf vollkommen hoch und dann geht es von 60 mal auf 55 runter ganz plötzlich und dann hackt es so und dann kann man hier einstellen auf 50 Bilder pro Sekunde und dann mache ich das und dann sehe ich gar nichts mehr das ist so dann läuft es flüssig 50 Bilder und das passt vollkommen genau und ich hab hier und ich hab 45 Frames immer so 45 Frames immer so willst du auch ein ein Auge willst du auch ein ein Auge willst du auch ein ein Augeiges Bandage haben fürs Auge ne ich hab ne Brüder auf ich sehe besser aus nein mach auch ich hab doch ich hab doch auch so ein ein Auge gesehen dann zieh es beide an mal betrunken wenn ich nur hast du ne große und ne große Hose an ne große Hose an die 5 Uhr es regnet nein oh jetzt ah 10 Uhr 10 Uhr Rucksack gerade ja ist ein Fimber der Tank dort so oder ist ein Fimber ja ich hab ne Wanderpane oben äh warum er plötzlich immer wieder stoppen tut ist halt dass er hier gar nicht auf 5 runter geht 5 FF ist ich hab ne so glaub ich wo bist du denn ah ja hier zwischendrinne muss ich gucken da hab ich nen Lichtkegel gesehen da hab ich nen Lichtkegel gesehen nicht dass auf der Straße das ist klar genau hier sind Fahrrad Alter hier sind Fahrrad ja wenn hier aber einer rumgeistert das ist scheiße so kann ich nicht fahren du kannst gar nicht richtig hinstellen dass die Fahrrad das heißt wir sind gespawnt wenn es so steht und wenn es fällt hat jemand benutzt ja 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 also ich versuche mal ganz kurz mal mein Bild schon ein bisschen heller zu machen damit auch die Leute ein bisschen mehr sehen können sorry Freunde ich muss noch ganz kurz noch einstecken ich mach es eigentlich ungern aber ja sollte ich mal was reinstecken ich lasse mir so ein Auge hier ja das geht leider nicht so was mit dem Helm machen ja dann komm mal mit klasse ne der Bildschirm ist der Bildschirm ist nicht für vier Spieler ausgeliefert mit wie ist sie denn triffst du den wo bist du denn hier ist hinter dir triffst du den triffst du den Gartenzwerg über die Tür ja Versuch mal Und kaputten Okay, schade, ich dachte ja vielleicht zu Ich dachte ja schon ein Bonus vielleicht Schade Ich bin vorne raus Ich gehe hoch Ich bin oben, Aris Okay, mach auf vorne, ich weiß nicht, wie wir hier sind Ja, deswegen ja, guck ich aus dem Fenster Das ist übel dunkel hier Ja, Mann Ach was Ja, Angst nicht, aber ich sehe halt so wie sie Das ist das übel, weißt du Ich kann ja nicht einstellen, die Helligkeit vom Karten sehen Also ich kann das schon einstellen Das guzt du, in echt kann man das auch nicht Aber wie gesagt, es gibt Monitore, die speziell für sowas gemacht sind Gamer, Gamer Ja, ja, deswegen sehen die auch alle so gut Ich such immer noch nach diesen Lichtkegel, wo ich gesehen bin Fall aber nicht runter hier Doch Oh, verdammt Was? Ich bin draußen Ich bin draußen Hallo? Was los? Na rausgefallen aus dem Fenster Wie sieht der Leben aus? Nicht gut 60%, also 40% habe ich verloren Übel Ja klar Ah, ja Pass wir oben, oder? Ne, ne Ah Hier wird's geschwürt, hier läuft dann rum alles Ja, das hab ich auch Jetzt dürfen wir nicht ein bisschen schluder machen Ich seh ich da vorne Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen Ja? Ja Der Weg weiter Wo? Der Weg weiter Woher kam's eben Ganz hinten hat einer Es leuchtet immer durch Nein, da hat einer Hier hier drüben, hier hier drüben Hier hier hin Hier hin Wo bist du denn hin, ne? Rennst du nur so schnell weg Wo bist du, Mensch? Wo bist du, Mensch? Dürfen Werte Ja, aber wacht kein Licht da nicht Ok, also ich seh praktisch das Haus, wo wir waren, ja? Wer ich? Ja. Das Problem ist, wir verstecken uns immer so schnell. Nein, dann sehen wir, dann haben wir den Faden verloren. Normalerweise darfst du ihn nicht aus den Augen lassen. Ja, er ist an die Wand vorbei gerannt. Und, schon was gehört? Hm, es regnet wie so. Ja. Ich gehe mal Richtung Straße. Also, ich bin im Haus, oder? Ja, ja. Man denkt immer, man ist alleine irgendwann, aber das ist man nicht. Irgendwo läuft immer einer rum. Ja. Das ist echt cool. Ja. 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 Ich glaub die Luft ist rein. halt die knare schön gezogen sehr ohne licht gelaufen das ohne licht gelaufen das ohne licht gelaufen das ohne licht gelaufen dunkel eigentlich eigentlich nur im dunkeln finde ich macht richtig viel weil tagsüber leute direkt in die fallen da ist einfach zufall dass man sich begegnet dann hier hier in der gegend hast du ihn gesehen oder? ja ok dann gehe ich hier weiter hier ich habe mich hier durch gerannt hier irgendwo dazwischen ist er von unserer Seite jetzt auf die andere Seite rüber hier warte mal sei mal ruhig gucken ob nochmal nicht laufen nicht laufen hier 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 wo steckst du du bist raus hier ist hier 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 kein trink mehr Was war gekünstelt? Achso, hier von Armour. Naja, so hell war nicht. Das war's für mich. Das ist geil, der ist draußen. Schön, wie das hier ist. Einmal. Bist du? Okay Ja gut, extrem viel finde ich Sind wir eigentlich schon mal toll begegnet jetzt? Nö, ne? Ja 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 Ja